Hallo und herzlich willkommen zu den Nägelnagelleusten-Ausgaben der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Die erste Ausgabe dieser Woche befasst sich mit Filmen, die entweder heute ins Kino kommen, beziehungsweise schon seit der letzten Woche laufen. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Fantasy Island. Das ist so ein Film, wo es keine Presseverführung gab, wo es keine Screener gab, wo echt die Kritiken, die man so schon vorab irgendwie im Internet lesen konnte, alles andere als prall ausgefallen sind. Aber Sneak-Previews gab es irgendwie. Und nun gut, das waren jetzt also Werner und Max, die sich für uns diesen Film gegeben haben, haben den hier etwas ausgiebiger besprochen und ich denke, das ist gewohnt fluffig geworden, vielleicht sogar ein ganzes Stück unterhaltsamer, als es der eigentliche Film geworden ist. Im Anschluss gibt es einen Doppel zum Film, Saga of Tanja, the Evil, the Movie. Und ich habe den Trailer dazu gesehen und das scheint mir irgendwie so eine Art animierte Anime-Nazi-Brau zu sein, die aber auch total gut snipen kann und rumfliegen tut sie auch. Und jetzt weiß ich ehrlich nicht, ob das so ein Film ist, den man uneingeschränkt empfehlen sollte, denn letztlich ist das hier irgendwie vielleicht auch eine Form von Nazi-Propaganda oder zumindest irgendwas, was in der Richtung mitschwingt und kann man das in Zeiten rechter Gewaltakte überhaupt noch in die Kinos bringen? All das sind Dinge, die ich mich frage und wir werden jetzt Christopher und Lasse dabei lauschen, ob sie sich diesen Themen angenommen haben oder nicht. Der, lieber Lasse, hat sich für uns diesen Film als Pressescreener gegeben und der Christopher hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt, hört bitte unbedingt mal rein. Ja und im Anschluss und zu guter Letzt gibt es dann ein Doppel zum Film Enkel für Anfänger und der läuft echt schon seit einigen Wochen in den Kinos. Den habe ich mir zusammen mit meiner besseren Hälfte angeschaut und wir waren echt ganz angetan. Eine deutsche Komödie, die auch noch lustig ist und das, obwohl sie jede Menge Klischees erfüllt, vielleicht sollten wir doch häufiger mal ins Kino gehen, um sich deutsche Komödien zu geben. Ich freue mich auf euer Feedback, das hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload, all da kann man uns eben in die Kommentare schreiben, wie euch diese Besprechung gefallen haben und ob ihr die Filme selbst gesehen habt. Gegebenenfalls geht ihr einfach auch mal in den Blog unter tele-stammtisch.de könnt ihr den finden und auch da könnt ihr uns einfach Kommentare hinterlassen. Ja und wenn ihr es nochmal so richtig krachen lassen wollt, dann gebt doch einfach Bewertungen ab bei Apple Podcasts, bei Fürth, bei Facebook, bei Google.de und bei Podcast.de kann man das tun. Wenn ihr uns bewertet, Sternen hinterlasst und vielleicht noch drei Sätze dazu schreibt, dann wäre das total knorke, denn das sorgt dafür, dass der Tele-Stammtisch in weiteren Rankings einfach auftaucht und das wäre total nett. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen zu einer weiteren Filmbesprechung hier beim Tele-Stammtisch. Ich höre mich an wie Stu, denn das ist eine geheime Fantasie von mir, so zu sein wie Stu. Herzliche Grüße hier. Und bei mir, also ich bin der Max, ist heute im virtuellen Raum. Der Werner. Grüß dich, Werner. Hi, hi. Ja, wir sprechen heute über Fantasy Island, das neue Blumhouse-Produkt, das seit dem 13.2. respektive 14.2. Da habe ich verschiedene Angaben bekommen, in den deutschen Kinos läuft, dauert 109 Minuten und ist von Jeff Wardlow inszeniert. Darsteller sind Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale und ich kenne dann nur noch Michael Rooker, der in einer Nebenrolle vorkommt und Porsche Doubleday, die kenne ich aus Mr. Robot, kennt aber sonst auch niemand. Ja, zur Handlung. Konntest du uns da ein bisschen was erzählen? Ja, das ist ziemlich schnell zusammengefasst. Also wir haben da unsere Hauptdarsteller, die du eben aufgezählt hast, die eine Reise gewonnen haben auf diese Fantasy-Insel und da dann eben ein paar Wunschszenarien erfüllt bekommen quasi, was am Ende dann allerdings eher ins Negative ausschlägt und plötzlich beginnt dann eben ein Abenteuer, könnte man quasi sagen. Und ja, mehr sollte man dann auch nicht unbedingt verraten, weil das dann schon die Grundstory ist. Ja, stimmt. Und der Film arbeitet ja auch ein bisschen damit, das kann man ja jetzt schon sagen, dass er ein bisschen verworren ist, am Ende ein paar Twists öffnet und so weiter und so fort. Jetzt hat der Film von allen Seiten richtig Schelte bekommen. Das ist das Einzige, was ich von dem Film irgendwie mitbekommen habe, ist, dass, ja, er ist vom Regisseur von Truth or Dare. Kennst du den? Kenne ich, aber habe ich nicht gesehen, muss ich gestehen. Den habe ich mir nämlich auch nicht angetan. Also im Deutschen heißt er Wahrheit oder Pflicht. Und auch der wurde damals ziemlich, naja, ich will nicht sagen verrissen. Wahrscheinlich war es irgendwie so eine Mischung aus Verriss und schon der Wahrheit entsprechend. Gut, und der gute Regisseur, der hat sich jetzt an Fantasy Island gewagt. Und Fantasy Island ist, glaube ich, vor allem für die US-Amerikaner ein, ja, Fernsehnostalgie Projekt, würde ich sagen. Kanntest du die Serie vorher? Naja, also weder kannte ich sie noch, habe ich sie vorher gesehen. Das war für mich komplettes Neuland, könnte man sagen. Ich kann mich noch erinnern, also ich bin 81er Baujahr und die Serie kam, glaube ich, Ende der 70er irgendwie raus. Und als dann in Deutschland das Privatfernsehen langsam kam, ich hatte nur die ersten drei Programme, aber in der Fernsehzeitung war, glaube ich, bei Sat.1 diese Fotos von Fantasy Island. Und ich habe mir immer gedacht, mein Gott, was ist das für eine Serie als Kind. Jetzt knapp 40 Jahre später durfte ich mich davon überzeugen. Und es wurde gleich ein Horrorfilm. Jetzt will ich mit der Tür gleich mal ins Haus fallen. Gefiel dir der Film? Fandest du ihn so krude, dass du ihn zerreißen würdest? Oder was war deine, oder was ist deine Meinung dazu? Also das Fazit will ich jetzt zwar nicht ganz vorwegnehmen, aber ich kann zumindest mal so viel sagen, dass ich mit dem Film ein bisschen mehr anfangen konnte, als diese ganzen negativen Kritiken, die es ja größtenteils aus den USA gab. Ich muss zu dem Film sagen, es ist einer von diesen Filmen, die mich nach dem Gucken richtig kalt gelassen haben. Also es war jetzt nicht, es war jetzt nicht so dieses der schlechteste Film aller Zeiten. Ich glaube, da war er nicht trashig genug, aber man hat dann schon irgendwie gemerkt, okay, kleines Budget, welches nicht unbedingt drauf ausgelegt ist, wie soll man sagen, große, hochwertige Arthouse-Kunst zu produzieren. Da sind wir wieder bei diesem, egal, man bekommt, was man erwartet in dem Sinn. Was mich aber echt schockiert hat, war die Schauspielleistung und vor allem die Inszenierung der Schauspieler, weil ich kenne Michael Penn ja und ich mag den eigentlich ganz gern und für mich ist das schon mal der erste Kandidat, den ich für die nächste Goldene Himbeere irgendwie reinkommen würde. Ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich ging, aber ich habe ihm halt zu keiner Sekunde seine Figur irgendwie abgekauft und das ist so das, was mir in dem Film eigentlich am meisten wehtat. Das ist, es gab ein paar Figuren, die fand ich halt, ja, so lala und andere fand ich wirklich ganz, ganz schrecklich ausgearbeitet und alles in allem kam mir der Film auch eher vor wie so eine Pilotfolge für eine Serie. Jetzt lasse ich dich mal von der Leine. Wie ging es dir dabei? Also ich muss zugeben, ich kann dir da wirklich nur Recht geben. Gerade Michael Piener, ein super Schauspieler, sehe ich wirklich gerne, aber in dieser Rolle war er einfach komplett fehlbesetzt. Das hat absolut gar nicht gepasst. Ich habe zwar trotzdem noch ein bisschen so meinen Spaß gehabt, ihm zuzusehen, weil ich ihn generell mag, aber rein auf den Film betrachtet und auf die Rolle war das ein totaler Fehlgriff, muss man leider wirklich so sagen. Und ja, Goldene Himbeer ist natürlich weit hergegriffen, aber ich weiß genau, was du damit meinst. Und was den restlichen Cast angeht, da gibt es, naja, wenige bis fast gar keine Lichtblicke, weil die entweder auch nicht richtig gut gewählt sind oder halt eben nicht viel Stoff bekommen, mit dem sie abliefern können. Also schauspielerisch bewegen wir uns da leider ziemlich weit unten. Ja, und ich glaube, das kann man, es ist immer schwer zu sagen, aber in dem Fall sagt mir mein Bauchgefühl, dass es schon auch an der Regiearbeit irgendwie liegt. Denn es wirkt nicht so, als wäre da jemand hinter der Kamera gewesen, der unglaublich viel Wert jetzt auf den vernünftigen Transport von Gefühlen, Emotionen oder sonstigen Dingen Wert gelegt hat. Das mag vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch dem Drehbuch geschuldet sein, da komme ich dann gleich noch drauf, was die Story angeht. Aber so im Großen und Ganzen, es wirkte vielleicht eher so wie, ja, die Schauspieler waren ganz froh, dass sie vielleicht mal zehn Tage auf so einer Karibikinsel drehen durften und hatten unter Umständen auch eine gute Zeit dort, aber dem Film war es nicht unbedingt zuträglich. Ja, was man eben vielleicht kurz anmerken könnte, ist, dass der Regisseur eben auch Kick-Ass 2 gemacht hat und der wiederum war ja eigentlich doch ziemlich gelungen. Echt? Oh, das wusste ich gar nicht, dass der dafür auch verantwortlich ist. Das verwundert mich jetzt gerade. Deswegen ist es auch ein bisschen traurig zu sehen, wie es bei dem bergab geht, weil ich habe zwar Wahrheit oder Pflicht nicht gesehen, aber man hat ja trotzdem so mitbekommen, was es mit dem Film auf sich hat, der war ja schon nicht so der Hammer. Jetzt Fantasy Island, was soweit kann man, denke ich, sagen, eine Enttäuschung war. Also, naja, hoffen wir, dass der mal die Kurve kriegt und wieder was Gutes auf die Leinwand bringt. Ja, ich bin eben, also das Setting an sich ist ja wirklich was Interessantes. Also, wie oft sieht man, ja, wie oft sieht man irgendwelche Horrorfilme auf Karibikinseln, die jetzt nicht unbedingt mit, was weiß ich, irgendwelchen Voodoo-Völkern oder sowas zu tun haben. Und die Prämisse an sich, dass du auf eine Insel kommst, um deine Fantasien, ja, wahr werden zu lassen, die sich dann in Albträume verwandeln, finde ich jetzt eigentlich auch zumindest solide, würde ich sagen. Also, da kann man schon durchaus was draus machen. In dem Fall, wir können ja mal ein bisschen auf die Handlung eingehen, vor allem auf die Fantasien selbst. Da waren ein paar Fantasien mit dabei, denen ich entweder nicht ganz folgen konnte oder ich finde, also, man muss dazu sagen, man kommt auf die Insel und es gibt eine Regel, die dieser Michael-Penya-Charakter, wie hieß der, Michael Rourke, ne, Rourke, Mr. Rourke. Ja, Rourke, genau. Es gibt dann eine Regel, die da festgelegt wird, jede Person hat eine Fantasie, die sie ausleben darf und die Fantasie dauert, glaube ich, so lange, bis man irgendwie gemerkt hat, dass es nur eine Fantasie ist. Keine Ahnung, irgendwie sowas, als würde man aus einem Traum aufwachen, sozusagen. Und ja, da geht man halt dann wirklich ein bisschen wie mit einem Sieb durchs Klischeebecken und zieht sich alles raus, was in amerikanischen Horrorfilmen irgendwie drin sein muss. Du hast halt am Anfang diese zwei Proleten-College- Studenten, die sich einfach bloß Brüste und Alkohol und Party wünschen, ne. Ja. Und dann hast du die Person, die sich Rache wünscht, gespielt von Lucy Hale, die sich irgendwie an alten Klassenkameraden oder an einer alten Klassenkameradin rächen will. Dann hatte man einen Soldaten, der seinen Vater im Krieg damals als kleines Kind verlor und ja, so den Wunsch nach seinem Vater irgendwie, den kennenzulernen, ausleben wollte. Und dann gab es die Geschichte um Maggie Q. Deren Handlungsstrang habe ich überhaupt nicht kapiert. Ich weiß nicht, das ist der gewesen mit diesem, wo sie eine Familie wollte. Worum ging es da überhaupt? Ich muss sagen, gerade der Handlungsstrang war meiner Meinung nach doch noch der mit am besten ausgearbeitet und auch am besten gespielte, weil der halt eben ja jetzt, wie soll man sagen, nicht so weit hergeholt ist. Sie hat eine Entscheidung aus der Vergangenheit bereut, wollte das eben korrigieren. Große Liebe, Familie, nichts Großes, aber zumindest etwas, wo man eben nachvollziehen konnte. Ja gut, sagen wir es mal so. Es ist wirklich eigentlich im Grunde genommen die einzige Fantasie gewesen, die jetzt mehr, mehr als nur so oberflächliches, oberflächliche Wünsche beinhaltet hat. Und was aber bei der Fantasie dann irgendwie mit dazu kam, sie war ja dann, glaube ich, auch ein Auslöser für diesen Twist. Um jetzt nicht zu spoilern, ab dem Zeitpunkt wurde es bei mir ziemlich verworren. Ja, ich muss zugeben, im letzten Drittel oder letzten Viertel wurde es dann bei mir ein bisschen durcheinander, weil da versucht der Film dann alles ein bisschen zusammenzubringen, zu einem großen Ganzen. Aber da habe ich mir dann gedacht, nee, das passt nicht so richtig, weil im Prinzip steckt hinter allen Fantasien, könnte man sagen, dann natürlich etwas Großes, etwas Ganzes. Aber das ist dann auch so weit hergeholt, dass ich mir gedacht habe, nee, im Ernst, nee. Ja, es wirkt halt super konstruiert. Und das ist bei Twist-Filmen, also ich glaube, Twists zu schreiben, ist eh immer ein schmaler Grat zwischen gut und völlig in die Tonne kloppen. Also ich glaube, da gibt es gar keine Graustufen dazwischen. Ich meine, es gibt Filme, die es wirklich gut machen, die das dann verstecken können und haben dann mehr oder weniger die ganze Story davor aufgebaut und man hat dann Bock, den Film noch ein zweites Mal mit anderen Augen zu sehen. Das ist bei Fantasy Island definitiv nicht der Fall. Also da wirkt der Twist irgendwie konstruiert mit dazu nach dem Motto, uns fehlt jetzt hier noch ein Twist im Drehbuch, wollen wir den nicht irgendwie einbauen. Ich hatte dann auch irgendwie das Gefühl, dieser Twist am Ende wurde auch nur eingebaut, um zwei Handler oder beziehungsweise ihr, also dem Hauptdarstellerinnen Lucy Hale, die dann Rache üben wollte an ihrer, was war das überhaupt, Highschool? Ja, die Peinigerin halt von früher, aus ihrer Kindheit. Um da irgendwie noch so eine zweite Ebene reinzubringen, um die Figur vielleicht, ja, ein bisschen dreidimensionaler wirken zu lassen, was aber komplett irgendwie in die Hose ging. Absolut. Am Ende, was ich halt super finde, was eigentlich dann schon wieder so schlecht war, dass man es in diese Art von Trash schieben kann, dass man es mal gesehen haben sollte, ist, es kommt halt eine typische Szene, in der aus einer Höhle, in der sich alle Beteiligten dann irgendwie befinden, kommt dann so dieser große Reveal. Dieser Michael Peña kommt als Mr. Rourke rein und erzählt, was gemacht werden muss und er löst halt irgendwie alles auf und wie man es halt aus so uralten Filmen irgendwie kennt, die schlecht gespielt sind, die kein Budget hatten, das hatte dann so richtigen TV-Charakter und ja. Der ganze Film hat eigentlich so TV-Charakter oder so Netflix-Charakter, also der Film ist jetzt meiner Meinung nach nichts, was irgendwie ins Kino gehört oder was man sich im Kino ansehen muss. Generell ist ja das Einzige, was mich am Film so richtig ich will nicht sagen begeistert hat, aber was mir gefallen hat, war eben die Grundidee dahinter mit dieser ganzen Fantasie-Geschichte. Das fand ich dann doch recht bestenfalls gelungen. Also da hat der Film mich dann doch bei Laune gehalten, weil man eben wissen wollte, okay, wie funktioniert das, wieso funktioniert das, wo führt das hin und so. Also ich war neugierig und wollte wissen, wie es weitergeht, aber nicht, weil irgendwie die Story so großartig war, sondern weil die Idee dieser Fantasie-Insel eben so cool ist. Das hat mir gefallen. Was ich mich auch frage oder ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber wie ein Horrorfilm hat sich der auch nicht wirklich angefühlt, oder? So gut wie gar nicht. Also es gab ein, zwei Szenen, wo mal kurz ein bisschen Horrorfeeling aufgekommen ist, gerade wenn es um diese Peinigerin ging, weil die ja da durchaus eine böse Fantasie hat. Genau, da gibt es dann so kleine Horroraspekte, aber die sind so minimal gehalten, dass ich bei dem Film fast gar nicht von einem Horrorfilm sprechen würde. Also wenn, könnte man eher sagen, es ist eine etwas... Böse... Nee, eigentlich ist es im gleichen Farbe so wie Lost damals. Es ist irgendwie ein Mystery mit ein bisschen Spannung, die dann gegen Ende einfach ein bisschen, auch wirklich wenig wird, finde ich, weil man die Charaktere sind einem einfach dann irgendwann mal egal. Ja, man steigt irgendwann auch von der Story her aus, weil man eben merkt, die versuchen da das und das und so und so und das funktioniert einfach nicht und irgendwann denkt man sich, ja, ist gut, macht's einfach weiter und fertig. Ja, und dann ist natürlich schade, dass der Film sich ja eigentlich auch die ganzen hundert, neun Minuten lang durchgehend sehr ernst nimmt. Also es ist, bis auf die zwei College-Proils gab's da auch keine Comic-Relief-Versuche oder irgendwas, Dinge, irgend so ein Versuch, Dinge so absurd wirken zu lassen, dass man, dass man als Zuschauer denkt, naja, das ist jetzt gewollt übersteuert. Eigentlich er ist super langweilig. Größtenteils schon, ja. Also es gibt wenig, was bei dem Film funktioniert und er will einfach in jeder Hinsicht zu viel. Also das fängt zum einen schon bei der Genre-Wahl, fängt es an, weil der Film will meiner Meinung nach Horror sein, er will Thriller sein, er will Fantasy, Abenteuer, ein bisschen Drama und zum einen funktioniert die Mischung nicht, zum anderen funktionieren die einzelnen Aspekte nicht und das Gleiche ist es dann auch mit den Geschichten, das sind ja, wie du gesagt hast, mehrere kleine Geschichten, die da am Laufen sind und die gehen ja auch in diese verschiedenen Richtungen, ne, da haben wir einmal das Thema Familie, dann haben wir das Thema Mobbing, dann haben wir Vater, Sohn, so viel, was der Film sein will, aber nichts davon, was wirklich funktioniert. Das Einzige, was funktioniert, ist die Idee. Die Umsetzung hat seine Momente, weil, ja, die Insel sieht gut aus und, ja. Ich finde es halt schade, dass sie auch kameratechnisch zu wenig aus diesem Setting gemacht haben, weil, wenn man mal ehrlich ist, es gab halt dann immer wieder mal so ein paar Landschaftsaufnahmen, die als Schnittbilder funktioniert haben und vielleicht mal von einem Ort zum nächsten geführt haben, aber wenn dann die Charaktere da waren, dann hattest du die immer in Close-Aufnahme einfach nur hin und her geschnitten, wie sie sich ihre blöden Dialoge an die Köpfe werfen und dann rennen sie von einem Ort zum nächsten und irgendwie, also da, mir fehlte da irgendwo die Leidenschaft, also dass man da irgendwie gemerkt hat, ey, komm, ich mache jetzt hier einen Film auf so einer Insel und ich finde das total geil, dass wir das Setting jetzt mal hier ausloten und ausprobieren, nee, das war einfach nichts, da kam kein Feuer rüber. Nee, also so richtig in Fahrt ist der Film nie gekommen, in keiner einzigen Szene. Naja, gut. Und Michael Rooker ist auch drin, der mir ehrlich gesagt ein bisschen Leid tat in seiner Funktion als, was ist der überhaupt? Privatdetektiv, oder? Ein völlig heruntergekommener Privatdetektiv, der im, wie nennt man diesen Rüdiger-Nehberg-Modus auf Survival-Kurs war. Ja, der ist dann aber auch meiner Meinung nach total untergegangen, also bis gestern, wo ich mich kurz über den Film unterhalten hatte, so als kleine Vorbereitung, hatte ich ihn schon fast wieder vergessen, muss ich zugeben. Ja, ich sehe ihn hier gerade auf der Internetseite den Namen die ganze Zeit und ich denke mir, okay, Michael Rooker, der wollte ja einfach nur drei Tage Urlaub haben, glaube ich. Gut. Kann man ihn nicht verüben. Ja. Wenn dir nichts mehr dazu einfällt, dann können wir ja jetzt auch gern zum Fazit kommen. Ja, ich denke beim Fazit kann man dann was dann sagen. Ja, also mein Fazit wird relativ kurz ausfallen, ich gebe nämlich meine fünf Punkte, beziehungsweise ich gebe keine fünf Punkte, herrje. Ich gebe einen 1, Gott, soll ich jetzt einen geben oder 1,5? Ich weiß es nicht. Ich gebe mal 1,5, weil die Idee vielleicht, also es hätte Möglichkeiten gegeben, den Film besser zu machen, als er jetzt ist. Mit mehr Budget, mit vielleicht einem etwas leidenschaftlicheren Regisseur und einer nicht ganz so fehlbesetzten Darstellerriege, hätte man was daraus machen können, hätte, hätte Fahrradkette. Im Endeffekt müssen wir das beurteilen, was das am Ende da war. Und das waren für mich 109 Minuten Langeweile, die den ein oder anderen Lichtblick erahnen ließ, aber dann zum Ende hin im letzten Drittel eigentlich nur zulässt zu sagen, dieser Film ist keine 10 Euro für eine Kinokarte wert. Ja, also ich stimme dir da in großen Teilen zu, würde dem Film allerdings zwei von fünf Sternen geben, weil mir, wie gesagt, die Idee wirklich sehr gefallen hat. Ich war sehr interessiert darin, was es damit aus sich hat, was man da alles mitmachen kann und so etwas. Und die Insel eben hier und da dann doch recht schön anzusehen war. Also so ein paar kleine Punkte hat der Film, die ich auf jeden Fall anerkennen muss, aber dem entgegenstehen einfach eine Menge schlechte Schauspieler, fehlende Spannung, irrelevante Geschichten, Charaktere, die einem egal sind. Also zu viel Schatten, sehr, sehr wenig Licht und ein Film, den man sich allerhöchstens mal kostenlos auf irgendeiner Streamingplattform anschauen kann. Aber wie du sagst, kein Kinoticket wert, kein DVD-Kauf wert, sondern einfach mal so nebenbei zum Mitnehmen vielleicht. Wenn er mal auf Netflix ist. Genau, Netflix, Amazon Prime oder mal in der Krabbelkiste im Supermarkt. Vielleicht findet man ihn da auch. Zu erkennen an einem, an einer Totenkopfinsel auf dem Cover. Wodurch ich ehrlich gesagt überhaupt aufmerksam auf den Film geworden bin. Also ich habe vor ein paar Wochen oder Monaten die Poster zu dem Film gesehen und beide fand ich ziemlich cool gemacht. Und Tiefel war auch ganz interessant. Ich meine, Regie und Cast haben mich jetzt zwar eher skeptisch stimmen lassen, aber die Poster sahen cool aus und die Idee an sich hat mir gefallen und da dachte ich mir, gut, okay, bevor du dir jetzt The Boy 2 anguckst, was wir noch zur Wahl hatten, versuchst zumindest mal was anderes und ja. Lieber Tropical Island. Genau, lieber das als Annabelle 2.0. Jetzt ist mir noch eine Sache aufgefallen. Glaubst du, dass es dann eine Fortsetzung geben wird? Fantasy Island 2? Man muss sagen, er hat jetzt schon 18 Millionen Dollar Gewinn eingespielt. Ich glaube, das schon, also erfolgreich ist er, aber ich weiß nicht, wie viel hat der gekostet? 7 Millionen und 25 hat er bis dato eingespielt in der ersten Woche. Deswegen, also ich glaube nicht, dass wir da eine Fortsetzung sehen wollen, einfach weil die Filmemacher ja merken, gut, wir haben jetzt den Gewinn damit gemacht, aber nicht so ein Riesengewinn und eine richtige Fangemeinde gibt es da auch nicht, als dass es da eine Fortsetzung geben muss. Weil The Perch zum Beispiel kam ja recht gut an und hat sich seitdem auch eine kleine Fangemeinde aufgebaut, aber ich sehe jetzt hier keine Zusammenhänge, was die Popularität angeht. Ne, okay, gut. Ja, also ich drücke die Daumen, dass es da keine Fortsetzung gibt. Die sollen ihr Geld vielleicht lieber echt in vernünftige Sachen reinstecken. Ja, Bromhaus hat in letzter Zeit ja meiner Meinung nach sowieso nicht wirklich abgeliefert. Also da geht es momentan leider auch bergab. Ich meine, wir wurde von vielen gefeiert, von mir eher weniger und seit Get Out kam da jetzt nichts mehr wirklich Nennenswertes, muss ich zugeben. Ja, also zumindest nichts mehr, was man irgendwie seinen Freunden dann auch empfehlen würde, als muss man gesehen haben. Also keine Muss-Filme mehr vom Blomhaus. Das ist jetzt unsere Forderung. Blomhaus, bitte mehr anstrengen. Wir wollen wieder bessere Ware sehen. Qualität statt Quantität. Genau. Gut, Werner, super. Dann entlasse ich dich in den Sonntag. War schön, mit dir gequatscht zu haben. Ja, auch schön, dass du da warst. Danke. Und hier an die Zuschauer ein virtuelles Winken und bis bald. Bis dann. Tschö. Tschö. Liebe Kameraden des Magier-Bataillons, wie schön, dass ihr hier so zahlreich vertreten seid, um zu lauschen. Und zwar zur Besprechung von Tanya the Evil The Movie. Es ist die Fortsetzung der populären Anime-Serie. Sie dauert 98 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und Regie führte Yutaka Uemura. Und ich hab die Serie nicht gesehen. Ich schaue eigentlich so gut wie nie Animes. Alle Anime-Fans der Tele-Stammtischhörer bekommen jetzt ein paar Sekunden Zeit, um mich auszubuhnen. So, das reicht. Aber jemand hat sie gesehen und jemand hat eine ganze Menge darüber zu erzählen und das ist der Lasse. Hallo. Hallo! Um gleich mal klarzustellen, ich hab die Serie auch nicht gesehen, sondern nur diesen Film. Jedenfalls größtenteils. Ja, richtig. Dieser Film wurde mir zur Verfügung gestellt. Allerdings wusste ich im Vorfeld einiges darüber, weil ein guter Freund von mir, der liebe Julian, hi, falls du das hier hörst, Der ist ein Fan der Serie und hat sich auch auf den Film sehr gefreut. Ich glaube, er hat ihn auch schon gesehen mittlerweile. Und entsprechend kannte ich ein bisschen was, was das Szenario angeht und die Charaktere. Für diejenigen, die noch nie etwas hiervon gehört haben. Der Film spielt im Prinzip in einer Parallelwelt, die dem Europa des Jahres 1926 ungefähr ähnelt. Und hier haben wir die imperiale Zeitrechnung. Wir haben das Imperium, das zu einer überwältigenden Großmacht aufgestiegen ist. Und nach den Siegen über das Staatenbündnis und Dakia leistet nur noch die Freie Republik unter der Führung General Delugos Widerstand. Doch auch das letzte Aufflamm ihrer kriegerischen Handlungen wird vom 203. Magierbataillon unter Major Tanja de Gretschow mit einer wahnwitzigen Gegenattacke niedergeschlagen. Und jetzt glaubt sie sich endlich am Ziel ihrer Träume von einem ruhigen Leben fernab der Front. Aber diese zerplatzen direkt nach ihrer Rückkehr, denn die russische Föderation formiert eine Armee in Grenzennähe. Und weitere Truppen verschiedener Nationen sind auf dem Weg dorthin, unter ihnen auch Mary Sue, die Rache für ihren gefallenen Vater gesporen hat. Und jetzt, tja, wird das Imperium denen etwas entgegensetzen können. Und wie lange noch kann sich Tanja auf den verhassten Segen Gottes oder des Wesen X verlassen? Diese Serie stellt, dieser Film stellt eine Fortsetzung zur Serie dar. Er schließt exakt an das Ende der Serie an. Und ich habe mich im Vorfeld nur ein klein bisschen über die Serie informiert. Und für diejenigen, die vielleicht einen anderen Einstieg wollen, Crunchyroll hat auf YouTube die ersten beiden Episoden der Serie zur Verfügung gestellt auf YouTube. Das heißt, es wäre gar nicht schwer, so einen kleinen Einstieg zu finden, bevor man sich tatsächlich den Film reinziehen möchte, falls man will. Ja, das habe ich versucht. Also ich gab mir im Vorfeld die erste Episode auf YouTube. Und selbst da hatte ich das Gefühl, wir fangen nicht ganz von Anfang an. Weil es ging direkt in dieses Schlachtengetümmel und dann wurde hier und da ein wenig erwähnt, dass Tanja in ihrem früheren Leben halt keine Soldatin war und noch nicht mal eine Frau. Sie wird ja, sie ist ein Geschäftsmann im ganz normalen Tokio und dann taucht dieses Wesen X auf und verfrachtet sie in eine andere Dimension und von da an ist sie eben eine Frau und eine Soldatin, die in diesen Krieg verwickelt ist. Ja, sie wird wiedergeboren. Also er, er wird wiedergeboren. Im Prinzip hat er irgendwie erst bei dieser Firma angestellt und entlässt Leute. Im Prinzip hat er George Clooneys Job in Up in VR. Allerdings für eine feste Firma. Und dann wird er vor einen Zug geschubst und dieses, halt Gott im Prinzip spricht zu ihm und er aber ist Atheist im Prinzip und nennt dann Gott einfach Wesen X. Und diese, diese Backstory hat nicht im geringsten Einfluss auf den Film, denn da sprechen die das nullmal an, bis auf einmal die Erwähnung von Wesen X. Aber wenn, das heißt, Leute können sich den Film angucken und überhaupt keine Ahnung haben, dass dieses, weiß nicht, zwölf-, dreizehnjährige Mädchen in Wirklichkeiten erwachsener Angestellter aus Japan ist. Ja, das ist das Interessante. Wäre das hier eine amerikanische Produktion, dann wäre dieser kleine, aber feine Twist ja wohl Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Nämlich, dass nämlich hier ein Mann zu einer Frau wird durch die Veränderung seiner Umgebung und durch diese andere Welt, in die er da geschubst wird. Gibt es hier irgendwelche Debatten zum Thema Gender? Gibt es da irgendetwas, was darauf, was eine Botschaft vermitteln möchte über Gleichberechtigung oder ähnliches? Nicht wirklich, weil die Gleichberechtigung gehört ziemlich fest hier zum Militärwesen in dieser Welt. Du hast da andere Frauen in der Armee und es gibt da in keinster Weise, jedenfalls im Film gibt es in keinster Weise zwischen den Soldaten so zweideutige Anspielungen darauf. Ich weiß halt, in der zweiten Episode der Serie, da gehen sie auf die Backstory ein und da sehen wir halt so im Schnelldurchlauf ihren Aufstieg. Und da sagen sie natürlich, warum ist dieses junge Mädchen schon halt so weit fortgeschritten. Aber das ist, glaube ich, der einzige Kommentar, den man da kriegt. Ansonsten spielen da Frauen halt auch im Militär allgemein eine größere Rolle. Gerade halt die Gegenspielerin in diesem Film. Und es hat nicht wirklich diese Botschaft, weil auch in einer amerikanischen Serie wäre garantiert, der Typ, der wiedergeboren wird, würde irgendwie geläutert durch diese Erfahrung, die er hier sammelt. Und würde zu einer besseren Menschen, aber eigentlich ist Tanja halt, weiß nicht, diese faschistische, wahnsinnige Kriegsfurie, die sehr gerne mal irre lacht und halt keinerlei Mitleid zeigt im Kampf. Obwohl sie halt auch zwischendurch sagt, ach, Krieg nervt und ich habe das eigentlich satt. Das wird im Film thematisiert, aber sie ist halt kein in dem Sinne guter Mensch. Das klingt erst einmal erfrischend. Ja, ist es, ist es, definitiv. Weil ich, wie gesagt, ich habe durch meinen Freund Julian, habe ich halt so ein bisschen was über die Serie im Vorfeld erfahren und habe dann ein paar Bilder gesehen. Und ich dachte mir, okay, okay, es ist interessant soweit. Und es ist halt in dem Sinne, weil dieses Paralleluniversum ist halt in dem Sinne schön losgelöst, weil es in dem Sinne, dass es da diese Magier gibt, die diese Flugbataillone haben und diese Gerätschaften, mit denen sie fliegen. Und du hast ja gesagt, du guckst nicht wirklich Anime. Die Tatsache, dass du da in der ersten Folge gleich reingeschmissen wirst, das ist typisch für Anime. Die erklären meistens im Vorfeld nicht wirklich etwas. Und das wird dir erst so nach und nach präsentiert mittels Exposition oder anderen erklärenden Elementen. Und ich bin halt trotzdem ohne jetzt das megagroße Vorwissen bin ich halbwegs gut in den Film reingekommen, weil die da auch so ein bisschen was erklären vom Hintergrund her. Aber ich bin halt hundertprozentig sicher, Leute, die die Serie kennen und mögen, können auch sehr viel mehr hier damit anfangen, weil halt diese ganzen Charaktere natürlich da sind, zu denen man in der Serie eine Beziehung aufgebaut hat, die man kennt. Man weiß, wie die ticken. Und hier hast du einfach diese ganzen Mitglieder in ihrer Bataillon, die dann Wortwechsel haben und diesen und jenen Struggle. Und dann denkst du dir, okay, okay, das sind definitiv Figuren aus der Serie. Aber du kennst sie halt nicht wirklich. Es ist also quasi so, was Serenity für Firefly war, ist diese Serie zu Tanja, The Evil, die Serie. In gewissem Sinne ja, aber du hast halt trotzdem mehr Charakterzusammenspiel in Serenity. Hier ist es halt einfach, im Prinzip fühlt sich das hier an wie eine filmlange Episode von der Serie, wo du halt wirklich ja, die Serenity hat sich ja wirklich sehr unterschieden von Firefly. In dem Sinne halt, wie ernst dann die Handlung wurde und wie sehr sich die Dinge dramatisch zugespitzt haben. Hier fühlt es sich nicht wirklich an, als würde Groß etwas vorangetrieben. Es ist halt einfach ein weiteres Kapitel in diesem Krieg oder der Anfang dieses großen Weltkrieges, wie sie es dann ja auch später beschreiben. Du hast halt, wie gesagt, in der gegnerischen Armee hast du halt dieses Mädchen Mary Sue, also Sioux, geschrieben. Aber es ist ganz lustig, dass sie so heißt. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, weil sie ist ziemlich overpowered in diesem Film. Ich glaube, die wissen, was sie damit getan haben. Gut möglich, ja. Und wir sehen halt im Film ihre Backstory so ein bisschen angerissen. Und ich dachte mir, ist das ein Charakter aus der Serie? Aber anscheinend nicht. Also anscheinend ist sie vollkommen neu. Und aber ihr Vater wurde getötet. Ich schätze mal in einer der Episoden, weil es gibt da so einen kurzen Flashback, wovon man nichts im Film gesehen hat. Wo ich dachte, okay, das muss wohl eine Episode sein, weil sie erkennt das, weil Tanja benutzt das alte Gewehr des Vaters. Und das heißt, ein Teil der Handlung des Films ist jetzt diese Mary Sue versucht verzweifelt eben Tanja zu töten. Und das spitzt sich dramatisch zu in mehreren Punkten des Films. Oder ansonsten ist es einfach nur, es sind Strategiebesprechungen, es sind mehrere Kampfsequenzen und lässt sich aber selbst auch noch offen für eine weitere Fortsetzung. Ja, wir haben gerade über das Thema Gender gesprochen, das hier zwar vorkommt, aber dann eben nicht stärker thematisiert wird. Wie sieht es mit dem Thema Gott und Gläubigsein aus? Weil du hast am Anfang erwähnt, dieser Charakter glaubt ja wirklich nicht an Gott und selbst als er mit dieser höheren Macht konfrontiert wird, will er es nicht als eben den Gott anerkennen. Und dann spielt das aber im Krieg, so wie ich hier gelesen habe, doch schon eine gewichtige Rolle. Also eine Armee verschreibt sich halt irgendwie diesem Wesen X und eine andere nicht, so wie es aussieht. Gibt es da irgendwie Dialoge, wo man mal ein bisschen mehr in die Tiefe geht, was jetzt so die Motivation und den Glauben betrifft? Ja, ja, Mary Sue ist sehr gläubig. Sie hat da mehrere Dinge, wo sie dann sagt, Gott ist mit uns und dieses ganze Zeug. Und dann natürlich auch auf Seiten von Tanja, die das dann mehrfach erwähnt. Aber ich glaube, die imperiale Armee ist jetzt nicht wirklich mega religiös inspiriert. Jedenfalls kommst du mir nicht so vor, ich glaube halt eher die Föderation tickt da eher in der Richtung, weil die, wie gesagt, also auch altoptisch, die sind ja eher in Richtung, weiß nicht, halt Deutsche, Wehrmacht, Nazis, wie auch immer. Die sind halt da von den Uniformen hier sehr angelehnt. Aber es kam mir jetzt nicht wirklich rüber, wie das sollen jetzt irgendwie diese Paralleluniversums-Nazis sein. Sondern, weil du hast hier keinen Bestandteil von sie unterdrücken irgendwie einen Teil der Bevölkerung oder beschimpfen irgendwie andere Kulturen und so. Sie sehen halt sehr auf den Kommunismus herab, aber das haben ja damals alle. Deshalb, also da gibt es halt sehr, sehr viel Kommunismus-Verteufelung hier in dem Film. Aber ansonsten hast du natürlich so einige optische Parallelen, in der Art und Weise auch, wie die Figuren heißen. Die haben oft deutsche Namen, die Flagge hat halt ähnliche Farben, dieser zweiköpfige Adler, blablabla. Also es hat definitiv viele Parallelen zu dem, was halt in Deutschland abging zu dieser Zeit ungefähr. Aber mir kam es nicht wirklich rüber, als wir bebildern das jetzt hier als faschistisches Regime. Es ist halt einfach nur dieses extrem, dieses extrem militärisch geprägte Land, die einfach versuchen, in irgendeiner Form zu obsiegen. Klar. Was den Zeichenstil betrifft, habe ich ja kurz in die erste Episode reingesehen und da fand ich einige der kriegerischen Szenen schon sehr aufwendig gemacht. Gibt es hier einen klaren Unterschied oder was die Animation betrifft in Sachen Aufwand, Details und so weiter? Hat dieser Film da einfach mehr, wird da mehr aufgefahren, als das, was man so in der Serie zu sehen bekommt? Äh, ich glaube, hier ist definitiv ein Schritt nach vorne gemacht worden, was die Technik angeht, denn die Kampfsequenzen sind unglaublich. Also es ist, diese Magier haben diese Fluggeräte und das ist auch von Armee zu Armee anders. Es gibt welche, die aussehen, als säßen sie auf so einer Art mechanischen Besen, aber die von dem Imperium, die haben diese Apparate von dem Bauch geschnallt und betreiben das mit einem Bein. Im Prinzip diese Magier, die laden das dann mit ihrer Magie auf und können dann so fliegen und laden auch ihre Waffen auf. Im Prinzip haben sie ganz normale Gewehre, aber können das dann, können die dann magisch aufladen, sodass die Munition stärker ist und so. Und dann sieht es fast aus, als würden sie mit Laserwaffen feuern. Und das sind unfassbare Actionsequenzen. Das ist extrem rasant, viel Dynamik in den Bildern. Das Sounddesign ist der Hammer. Also es ist knallt, wenn es knallt, dann knallt es. Also es hat wirklich diesen J.J. Abrams-Effekt, wo du halt, der will, dass du in deinem Sitz erzitterst. Ich bin mir sicher, im Kino kommt das noch mal ein Vielfaches besser rüber. Da waren wirklich grandiose Sachen bei und die halten auch nicht hinter den Berg mit Gewalt hier und da. Also man sieht halt Blut. Also die FSK 16 ist hier schon gut gewählt. Es ist jetzt nicht so grafisch, wie ich mir vorgestellt hatte. Ich glaube sogar die Serie ist da ein bisschen heftiger. Aber es ist trotzdem halt, also die zeigen die Schrecken des Krieges auf diese Art und Weise, wo du dir denkst, oh shit. Also es ist extrem cool anzusehen, aber halt auch in gewissem Sinne verstörend, mit wie viel Leidenschaft die sich da reinwerfen und wie viel Schaden diese Magier aus der Luft wirklich auch anrichten können. Ja, wie sieht es diesbezüglich dann mit der Moral von der Geschichte aus? Also du hast ja schon erwähnt, dass es ist überhaupt nicht so wie das, was wir jetzt in einer amerikanischen Produktion zu sehen bekämen, was Läuterung der Charaktere betrifft. Hier ist nur eine leichte, sagen wir mal, Genervtheit vom Krieg zu spüren, eine Kriegsmüdigkeit. Gibt es denn doch zum Ende hin schon eine humanitäre Botschaft, die sich da einschleicht? Das ist schwierig. Im Prinzip zeigt der Film auf, es gibt halt stark motivierte Figuren auf beiden Seiten, wo du nicht wirklich dir sicher sein kannst, auf wessen Seite stelle ich mich jetzt? Weil sie stellen die, auch die kommunistische Seite, stellen die jetzt nicht als so cartoonhafte Bösewichte dar, bis auf diesen einen Vorgesetzten, dem sie eine pädophile Ader geben. Was leider nirgendwo hinführt. Du hast die eine Szene, wo er dadurch Moskow, heißt dort die Stadt, wird er gefahren und dann wird er auf irgendein Mädchen aufmerksam und er denkt so, ah, zu alt. Und dann sieht er Tanja in der Luft ihre Kriegsrede halten und sagt so, ah, ich muss sie haben, so in der Art. Und das wird aber nie wieder aufgegriffen. Und ich weiß nicht, ob die Figur schon anderswo vorkam, aber ich dachte mir halt, da wäre vielleicht was, weiß nicht, da hätte man vielleicht so einen interessanten, fiesen Handlungspunkt draus machen können. Aber das, da machen sie nichts draus, also wer weiß. Das ist halt der Einzige, der in irgendeiner Form so richtig cartoonhaft diktatorisch auch dargestellt wird. Er hat dann so eine flammende Rede, wo ihm dann der Sabber aus dem Mund läuft und die Augen übertreten und so. Aber der Rest wird auch einfach dargestellt als, das sind diese trockenen Generäle und es sind aber auch diese leidenschaftlichen Soldaten, die weinen um ihre gefallenen Kameraden und irgendwie versuchen klar zu kommen. Und du hast jetzt dann sonst auf keiner Seite wirklich, oh, der ist böse, der ist gut. Es ist einfach nur, es sind einfach noch diese verschiedenen Fronten. Und ich weiß nicht wirklich die Moral, weil ich kann halt nicht so viel, weil der Film endet auf eine Art und Weise, wo sie es halt auch offen lassen für ein mögliches Sequel oder für eine weitere Staffel der Serie. Ich bin mir nicht sicher. Aber wo es im Prinzip, wo sie halt, wo sie den Charakter halt auch nicht wirklich geläutert zeigen, wo sie halt auf etwas hinarbeitet und vielleicht bekommt es am Ende, vielleicht auch nicht. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ich rate halt definitiv, bleibt bis nach dem Hauptabspann sitzen, falls ihr den Film guckt, weil es kommt halt, da kommt halt das richtige Ende eigentlich. Wie es so oft bei Anime der Fall ist, dass sie dann noch richtig wichtige Informationen benachliefern. Und das ist nicht einfach so eine Bonusszene, sondern das ist das eigentliche Ende. Und auch für Fans halt der Endsong, los, 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 wird gespielt im Hauptabspann, was ein megacooler Song ist und mehrere deutsche Worte auch beinhaltet. Also das, darauf könnt ihr euch freuen mit neuen Grafiken, die dort gezeigt werden. Und das ist ziemlich cool. Ja, möglicherweise ist das Fehlen der Botschaft schon die Botschaft an sich, dass man halt Leute zeigt, die so sehr in diesem Kriegswirren feststecken, dass das für sie Alltag ist. Und vielleicht ist da möglicherweise die Dehumanisierung des Krieges, die damit vielleicht aufgezeigt werden soll. Ja, weil wir sehen eigentlich, wir haben keine anderen Figuren hier als Leute aus dem Militär tatsächlich. Und es gibt irgendwie nur eine Szene, wo du dann mal irgendwie eine friedlichere Gegend siehst, aber dann tragen da trotzdem alle Leute Uniform. Also du hast da nicht irgendwie die Sicht von irgendeiner unbedarften Figur, die einfach da irgendwie dazwischen steht und nicht selber kämpfen kann, sondern es ist halt wirklich stark militärisch geprägt alles. Und ja, ich denke halt, dass es halt so demmaßen zum Alltag geworden ist, so ähnlich wie bei, weiß nicht, also teilweise hier die Rasanz und die Animation ähnelt halt auch so ein bisschen Attack on Titan, längst nicht so grafisch. Aber ich muss halt persönlich sagen, mir gefiel der Stil nicht komplett. Ich mag nicht, wie die Münder hier bewegt sind. Das wirkt für mich ein bisschen zu wulstig, zu übertrieben, zu breit. Und mir gefiel dann ehrlich gesagt die Zeichnungen von Tanja im Abspann wesentlich besser, der Stil ein bisschen mehr. Aber das ist natürlich halt absolute Geschmackssache. Und wenn man die Serie halt komplett gesehen hat, konnte man sich darauf vielleicht dann besser einstellen. Aber ich hatte damit halt ein bisschen ein Problem. Aber ansonsten, man kann die Charaktere auseinanderhalten. Man kann sich nicht wirklich die Namen merken, obwohl die die andauernd einblenden auch noch. Aber wie gesagt, für Leute, die Serie kennen, die kennen die garantiert alle mit Namen und können sich da entsprechend viel besser drauf einlassen. Okay, dann sei das bestimmt eine klare Empfehlung für Fans der Serie, eine klare Empfehlung für diesen Style von Anime. Und gäbe es sonst noch jemanden, dem du das empfehlen würdest? Ich weiß nicht, vielleicht so allgemein so Animations-Buffs oder wenn ihr so allgemein Anime-Fans seid, aber da bin ich mir sicher, dass ihr die Serie eh kennt. Das ist auf jeden Fall ein großer Spektakel-Film. Also es gibt einige wirklich rasante, tolle Sequenzen hier zu sehen. Er ist auch nicht besonders lang. Das heißt, man killt hier so anderthalb Stunden und dann ist man wieder raus. Aber es ist halt auch keiner, der bringt einen wirklich groß zum Philosophieren. Es gibt gegen Ende auch so einen Monolog, wo es so ein bisschen Antikrieg ist in gewissem Sinne, aber halt trotzdem aus der Sicht von jemandem, dessen Brot und Butter halt der Krieg ist. Also es sind auf jeden Fall interessante Sichtweisen, aber du hast dir halt auch nicht den Eindruck, dass es verherrlichend in irgendeiner Form ist. Aber Japan hat ja viele verschiedene Serien und Filme in dieser Art gemacht, wo es halt ganz interessant war, diese Art von Sichtweise zu sehen, ohne dass man jetzt wirklich denkt, man ist auf der Seite der Bösen. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie man das sonst noch alles empfehlen soll. Es ist definitiv was für die Fans der Serie, aber ansonsten weiß ich nicht, wie viele da wirklich groß reinfinden könnten, einfach so. Deshalb spreche ich hier da mal so die Empfehlung aus. Gut. Und dein abschließendes Fazit, du kannst 0 bis 5 Wehrmachtsuniform geben. Wehrmachtsuniform, okay. Ich weiß nicht, ich wahrscheinlich so 3,5 von 5 schätze ich, weil ich wurde halt unterhalten, ich fand's interessant. Ich fand's, ich hab einige Male wirklich halt bei den Kampfszenen und Effekten, hab ich wirklich laut gesagt, holy shit, weil das doch sehr überwältigend war. Und es halt ein, zwei doch ganz verstörende Sequenzen gibt sogar, mit einigem an Symbolismus drin. Also das ist schon ziemlich klasse gemacht. Aber halt ich, wie gesagt, was mich halt zurückgehalten hat, ist, ich konnte mich nicht komplett mit den meisten Charakteren identifizieren. Und letztendlich ist halt offensichtlich, es ist eine Fortsetzung zu einer Serie, die ich nicht geguckt habe. Aber ich war darauf vorbereitet und fand dann doch relativ gut in diese Welt hinein. Also 3,5 von 5 ist aus meiner Sicht, denke ich mal, ganz fair. Fans der Serie würden den wahrscheinlich sehr viel höher bewerten. Aber wer weiß, ich weiß nicht, vielleicht macht dieser Film tatsächlich auch irgendetwas grundlegend falsch. Und die Fans werden den zerreißen. Aber ich glaube halt, ich glaube, die Kritik ist allgemein ziemlich gut mit dem umgegangen. Also, tja. Gut. Dann sei dies geklärt. Und Fans der Serie ab ins Kino mit euch. Alle anderen, die sich an diesem Zeichenstil nicht satt sehen können auch. Und Lasse, ich bedanke mich für deine Berichterstattung. Ich bedanke mich bei dir. Vielen, vielen Dank, dass du mich interviewt hast. Ach, immer wieder. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Enkel für Anfänger, der eine Altersfreigabe von 6 hat. Eine Gesamtlaufzeit von 1 Stunde 44 mitbringt und ganz offiziell als Comedy läuft. Als deutsche Comedy möchte ich an der Stelle noch ergänzen. Regisseurin ist, beziehungsweise Regisseur ist Wolfgang Groß. Und der Film kam bereits am 6. Februar diesen Jahres in die deutschen Kinos. Wir haben es damals nicht in die Presseverführung geschafft, konnten auch keinen Pressescreener organisieren. Und nun habe ich es tatsächlich zusammen mit meiner besseren Hälfte ganz privat mal ins Kino geschafft. Und wir fanden ihn ganz lustig. Und warum und wieso und weshalb, erklären wir auch gleich. Hallo meine bessere Hälfte. Hallo. Jo, diesen Film, den haben wir jetzt zusammen geguckt. Und das ist so ein Film, den glaube ich, also ich hatte mal nur Vorteile, will ich gar nicht anders sagen. Das wäre eher ein Film für mich gewesen, meinst du? Könnte sein. Okay. Könnte sein. Das hätte wie gesagt schlichtweg Vorteile. Aber vielleicht magst du uns erstmal erzählen, wovon der Film eigentlich handelt. Genau, also ich lese einfach mal eine Inhaltsangabe vor. Also auf Nordic Walking und Seniorenkurse an der Uni haben die Rentner Karin, gespielt von Maren Kreumann, Gerhard, Heiner Lauterbach und Philippa Pavarazoukova keine Lust. Und mit Kindern und Enkeln hatten Karin und Gerhard bislang auch so gar nichts am Hut. Deshalb verhilft Philippa, die als Patenoma von Leonie das Leben voll auskostet, den beiden zur unverhofften Großelternschaft. Im Handumdrehen haben sie zwei lebhafte Patenenkel zu versorgen, eine riesige Hüpfburg im Garten stehen und Legosteine an den Füßen kleben. Drei nicht mehr ganz blutige Anfänger treffen auf Familien wahnsinnig für Fortgeschrittene. Hyperaktive Patchwork-Geschwister, Stirnrunzelnde Helikopter-Eltern und alleinerziehende Mütter mit ihren Tinder-Profilen inklusive. Ja, also falls das jetzt vielleicht ein bisschen viele Fremdworte und komplexe Strukturen an einem Satz waren. Also letztlich geht es ja darum, dass das hier dieses Leih-Oma-Prinzip ist und Leih-Opa-Prinzip. Auf jeden Fall viel lustiger als diese Inhaltsangabe. Auf jeden Fall, ja. Sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Also es geht letztlich, wie gesagt, Leih-Oma- und Leih-Opa-Prinzip. Du bist also aus irgendeinem Grund, hast du vielleicht gerade keine eigenen Enkelkinder, keine eigenen Enkel und willst dich aber irgendwie um eben diese Enkelgeneration als, sagen wir mal, Seniorin oder Senior kümmern. Und das kannst du machen. In dem Fall gibt es da wohl scheinbar so eine Agentur, die da wohl so Omis und Opis vermittelt. Und sagen wir mal, dass es im Prinzip bis uns privat jetzt auch nicht völlig unbekannt ist, sagen wir mal. Ja, vor allem auch für Großeltern, die weiter weg wohnen oder wo die Enkel weiter weg wohnen. Das ist eigentlich eine coole Geschichte, darum geht es letztlich in diesem Film. Und auch so ein bisschen entspielen sich daraus dann natürlich auch Geschichten, also quasi Interaktionen aus dem, wenn man so will, Oma-Opa-Part und dem jeweiligen Kind dazu. Wir haben untereinander dann natürlich auch noch Storys zu erzählen. Und sag ich mal so, das kerngespannte Trio hier letztlich sind ja die von dir bereits vorgestellten, die Karin, Gerhard und Philippa. Genau. Jetzt muss ich mal gucken, also eigentlich ist ja auch egal, wer wer ist, aber letztlich haben wir hier einmal, also eine verheiratete Frau. Das ist glaube ich die Karin. Die Karin ist mit ihrem Mann seit einer halben Ewigkeit schon verheiratet, hat kein eigenes Kind, keine eigenen Kinder. Und ihr Mann wiederum, der hat noch eine Schwester. Und die Schwester ist die zweite Kopffigur hier im Film, die ist so ein bisschen hippiemäßig unterwegs, aber so eine coole Omi halt. Und auch wirklich, keine Ahnung, hält sich auch mal das Loser-Symbol an die Stirn und schreit Schulz und die rübst auch mal und so. Die ist aber ganz cool, die lebt in so einem kleinen, wie so eine Kommune, so ein bisschen wirkt das. Bodenwagen, ja. Genau, so eine Hippie-Kommune irgendwie und da rennt dann auch um einen nackt rum und so. Natürlich hatte sie was mit dem und das ist irgendwie alles ganz fluffig. Und dann gibt es noch den Freund, der jetzt seit Jahren irgendwie hat den niemand gesehen, aber Karin trifft den wieder, den Gerhard-Geschmühl von Heiner Lauterbach. Und das ist ein, ich glaube Psychotherapeut, ne? Schwuler Internist, ja. Ganz genau. Internist, alles klar. Wissen Bescheid, ne? Und die drei sind letztlich hier diese Senioren, diese Laie-Omis und Opis, die sich jetzt hier um Kids kümmern. Ja, erzähl mal, wie haben die denn so auf dich gewirkt? Sind das so Omis und Opis, die es da draußen wirklich gibt? Ähm, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es auf jeden Fall Paare gibt, wie Karin und ihr Mann, wo der eine noch was erleben möchte und eigentlich sich noch nicht zu alt sieht, um zu verreisen oder mal die Wände zu streichen. Ähm, ja, bei den Hippies kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viele, aber gibt's bestimmt auch und, ähm, also alleinstehende Männer gibt's auf jeden Fall auch, ja. So ein bisschen können wir das doch, glaube ich, auch bestätigen, ne? Also, dass das Omis und Opis, die sich da sowas zutrauen, das sind jetzt nicht so diese Art von Omis und Opis, die sich nicht mehr bewegen können, die Schmerzen haben, die da und rum jammern und gerne alleine zu Hause sitzen, sondern schon so die, die irgendwie noch was vom Leben erwarten und die auch geistig irgendwie noch so fit sind, ne? Ja, da haben wir noch die Kids, die Kids sind aus unterschiedlichsten Gründen, haben die jetzt hier scheinbar keine Großeltern oder, äh, ich glaube, darauf wird gar nicht so genau im Film eingegangen, oder? Mhm. Ja, unsere Komödie, ich muss mal sagen, ich fand den lustig irgendwie. Ja, ich finde den auch super lustig, also ich habe viel gelacht und auch wenn man einen Trailer gesehen hat und so dachte, hm, habe ich jetzt schon die wichtigsten Szenen gesehen, ne, hat man nicht, es ist auf jeden Fall trotzdem noch sehr lustig und es wurde auch viel gelacht im Kinosaal und ich glaube, alle gingen mit einem Lächeln raus. Ja, ich will an der Stelle jetzt natürlich aber auch nicht so tun, als wäre das alles nur Friede vor der Eierkuchen oder andersrum, es ist auch eigentlich nur Friede vor der Eierkuchen. Also, ich will mit dem Film nicht hart ins Gericht gehen, weil er mir gut gefallen hat, aber ich finde, so der Vollständigkeit halber sollte man ein paar Dinge erwähnt haben. Wir saßen da jetzt zu zweit drin, ich persönlich hatte gar keine große Vorstellung, was mich da erwartet, außer eben jetzt die deutsche Comedy und ich hatte bei der Besetzung, gerade auch die Kinderschauspieler, die da mit dabei sind, sind da recht bekannt, einer der Jungs, der so ein Kind spielt, ist eben auch der Junge, der aus diesem, wie heißt der, ähm... Bin dann mal weg. Genau, der in den jungen Bayern aus Bin dann mal weg, also quasi in den jungen Kerkeling gespielt hat. Julius Weckauf. Prima. So, und das war so alles, was ich wusste und, ähm, hab insofern versucht, nicht so viele Vorteile zu haben und es war lustig, ich hab mich ständig über irgendwas zerbastelt, aber man muss auch sagen, es ist insgesamt ein sehr braver Humor. Es ist nicht großartig unter der Gürtellinie, es ist nicht assi, es ist einfach ein vernünftiger, was soll ich sagen, biederer, konservativer Humor, das soll jetzt kein Vorwurf sein, das ist einfach nur eine Einordnung. Ich hab mal geguckt, wer da bei uns noch mit so einem Publikum saß, es war auch eher so ein reiferes Publikum. Würdest du sagen, dieser Humor ist auch eher einer für ein reiferes Publikum? Weiß ich nicht, also ich fand ihn total lustig und ich fand, der war sehr durchdacht und es war sehr viel Situationskomik dabei und, also, es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, ha, 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 sondern es war wirklich, dass man herzhaft gelacht hat, also ich würde nicht sagen, dass es Humor für ein reiferes Publikum war. Und ich finde auch nicht, dass in so einem Film Humor unter der Gürtellinie gehört, also es war halt völlig angemessen, so wie es, also, es war lustiger, als ich gedacht hätte. Man könnte alle drei Figuren hier, die Hauptcharaktere sind, auch kritisch sehen. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern hier, weil ich denke, das macht den Film auch nur unnötig kaputt, das ist nicht mein Ansatz, aber zum Beispiel bei ihm, bei der von Heiner Lauterbach gespielten Figur, also wenn man das jetzt besonders kritisch sehen würde und es gibt ja solche Leute und man kann solche Filme auch kritisch betrachten und ich will nicht sagen, dass es meine Meinung ist, aber ich finde, der Vollständigkeit halber muss man es auf jeden Fall erwähnt haben. Er hat ja natürlich so einen Jungen, den er quasi betreut und er hat eigentlich eher keinen Bock, er wehrt sich erst so ein bisschen und letztlich wachsen die dann schon irgendwie auch zusammen, das ist ja auch absehbar und er ist jetzt natürlich eben hier der ältere Mann. Und der ältere Mann, der ist natürlich schwul und natürlich gibt es irgendwann eine Situation, wo seine Figur dann dem Kind noch ein Eis kauft und dann schwingen da diese ganzen Vorteile mit, die es eben so gibt, wenn ein älterer Mann einem jungen Mann, also einem Kind quasi Eis schenkt. Und warum muss jetzt gerade die schwule Figur gleichzeitig auch die Figur sein, wo dieses pädophile Ding mitschwingt? Warum muss das gerade hier sein? Ist das nötig gewesen oder nicht? Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch irgendwie diskriminierend ist und ich finde, das muss man auf jeden Fall auch erwähnt haben, dass das natürlich nur so für die Schau ist und nur für den Moment und auch kein konsequentes, wiederkehrendes Thema. Okay, aber ich finde, das ist einer von mehreren Punkten, wo ich mir denke, also hier ist der Humor vielleicht ein bisschen unrund und vielleicht auch nicht ganz zeitgemäß. Und dann gibt es natürlich im Film zum Beispiel auch die Hippie-Oma. Also ich will jetzt nicht genau sagen, was das war, aber es gibt in dem Film schon die Situation, wo man plötzlich denkt, okay, vielleicht hat die Hippie-Oma hier nicht den optimalen Lebensweg eingeschlagen. Vielleicht hat sie die falsche Entscheidung in ihrem Leben getroffen. Und am Ende gibt es halt eben natürlich den Moment, wo sie ihr Leben nochmal ein bisschen überdenkt und dann versucht, diese Entscheidung wieder zu revidieren, wo man das auch interpretieren könnte im Sinne von, okay, sie hat ihr Leben lang versucht, glücklich zu sein und alles war cool. Und jetzt aber, wo sie mal besonders viel Zeit mit liebenden Kindern hatte, kehrt sie zu den normalen, konservativen Werten zurück und versucht, diese auch in ihr Leben zurückzuführen. Da kann man sich auch drüber streiten, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Kannst du das nachvollziehen? Pff, weiß ich nicht. Ich würde den Film jetzt nicht so kritisch auseinanderreißen. Also ich fand den total lustig und natürlich müssen die da einige Klischees, ich denke, dass die Klischees sehr mit Absicht aufgegriffen wurden und auch überspitzt dargestellt wurden. Also ich glaube nicht, dass die da irgendwelche, also dass Schwule da diskriminiert sein sollten, sondern es wurde wahrscheinlich eher so gezeigt, wie es wahrscheinlich im Alltag für die erlebt wird. Ja, ich denke, das ist eigentlich genau das Richtige. Das ist nämlich genau dieses Ding mit diesen Klischees. Wir haben halt Klischees, mit denen wird nicht nur gespielt, die sind letztlich ein riesengroßes Thema. Der ganze Film ist eine Aneinanderreihung von Klischees an klischeehaften Situationen, klischeehaften Charakteren und so. Darf man das jetzt zu einem Vorwurf machen oder ist es eigentlich dermaßen offensichtlich, dass das auch, okay, da kommt jetzt halt ein Haken dran und damit wird jetzt eben eine Geschichte erzählt. Um es nochmal zu betonen, der Film ist für mich sehr unterhaltsam gewesen und ich habe das mit den Klischees einfach hingenommen und da habe ich mich jetzt auch nicht wahnsinnig dran gestört. Aber ich will auf jeden Fall erwähnt haben, dass es jede Menge dieser Klischees gibt. Alle Figuren fallen in irgendeine Schublade. Viele Kids, da gibt es zum Beispiel auch so ein bisschen rebellische Jugendliche, die es genauso rebellisch wie alle 100 anderen rebellischen Jugendlichen im Film schon gezeigt worden sind. Da gibt es keine zweite Ebene, keine Schattierung. Die sind halt einfach jetzt, die hängen an ihrem Handy, die hauen dann mal ab und die eskalieren dann mal ganz krass und dann gibt es natürlich einen versöhnlichen Moment und zack ist wieder alles in Ordnung. Das sind Sachen, die hat man schon hunderte Mal in der Form gesehen, die sind nicht überraschend und die sind noch nicht, sondern noch nicht tiefgehend. Aber das will der Film vielleicht auch gar nicht sein und deswegen sollte man ihm das vielleicht auch gar nicht zum Vorwurf machen. Ich finde schon, dass die sehr tief gehen, weil gerade, also ich finde schon, dass die sehr vielschichtig sind, die Personen, also gerade Jugendliche finde ich überrascht schon. In vielerlei Hinsicht, also ich glaube, das ist einfach so, wie Jugendliche sind, dass die halt immer mal ihre Meinung ändern oder ihre Laune immer unterschiedlich ist, aber dass sie nach außen hin einen dicken Panzer haben, aber dass man doch irgendwie an sie rankommt. Und wenn man mal ein klares Wort mit denen redet, dass sie sich dann auch einen für einen entscheiden, anstatt dagegen zu schießen, also würde ich jetzt nicht so sagen, dass es sehr urpflichtig war. Eine Sache, die mir gut gefallen hat, ist, dass man nicht so auf diesem Generationen-Unterschiedding wirklich rumgeritten ist. Natürlich gibt es ja mal Situationen, wo das Enkelkind an der Schreibmaschine sitzt und das dann als einen alten Computer bezeichnet und so und es hätte noch gefehlt, dass plötzlich irgendwer die Schallplatten auspackt und das als, keine Ahnung, CDs von damals bezeichnet oder sowas. Ja, es hätte noch gefehlt, aber dem war nicht so. Das ist doch lustig. Super lustig, ne? Ja, aber ich habe nochmal zum Generationen gepflegt, also das haben wir halt, das wurde zum Glück gar nicht gespielt. Wir haben ja zum Beispiel auch die von Paulina Roszynski gespielte Figur, das ist eben die Mutter eines der Kinder und man hätte hier ganz viele Möglichkeiten gehabt, einfach ganz klar unterschiedliche Wertevorstellungen der einzelnen Generationen zu betonen und daran dann auch einen Streit aufzubauen. Und ich finde, das ist glücklicherweise gar nicht geschehen. Viel eher ergeben sich, wenn man so will, Streitsituationen oder, wenn man so will, ja einfach Action und eben da ein bisschen auch Reibung unter den Charakteren eher daraus, dass die halt einfach per se unterschiedlich ticken. Da sind zum Beispiel eben auch die Helikoptereltern, die das perfekte Essen für ihre perfekte Tochter haben wollen und das ist eben da alles mit dabei, aber das basiert eben darauf, dass die individuellen Charaktere irgendwie besonders sind und nicht, dass man hier versucht, Generationen gegeneinander auszuspielen. Das persönlich empfinde ich als eine sehr positive Botschaft, die auch ein bisschen so hängen bleibt, dass unter Umständen, also auf jeden Fall, alle Generationen in irgendeiner Form voneinander profitieren können und das ist eine Botschaft, die vermittelt der Film und die finde ich sehr gut. Gibt es da noch Punkte, die dir aufgefallen sind, Sachen, die du ansprechen möchtest? Wie haben dir die Kids zum Beispiel gefallen? Bei Kindern ist es ja oft so, dass die immer in der Kritik stehen eigentlich bei Filmen, weil da ganz oft die Kinder schon Spiele einen auf den Deckel kriegen, von wegen sie wären unglaubwürdig, sie wären einfach verkrampft vor der Kamera. Erzähl mal, wie haben die auf dich gewirkt? Also ich fand die durchweg sympathisch. Ich meine, Kinder sind halt so, wie sie sind, also ich fand, man hat denen das auch abgekauft und die haben teilweise schon so geguckt, wie der Film das wahrscheinlich wollte oder wie der Regisseur das wahrscheinlich wollte. Also zum Beispiel, wenn der Kleine fragt, willst du nicht mein Opa sein? Da hat er schon genau richtig geguckt, finde ich. Also ich fand die schauspielerollische Leistung eigentlich ganz gut. Und ich mag auch den Julius Weg auf eigentlich sehr gerne. Ich mag sie auch schon in dem anderen Film. Definitiv ein gutes Casting. Also der Cast hier ist wirklich top geworden. Es ist kein Ausfall dabei, ganz im Gegenteil. Ich fand die alle fast schon sympathisch. Also ich fand die alle durchweg sympathisch. Und ich fand auch, dass die sehr gut miteinander harmoniert haben. Und klar, die haben das halt überspitzt dargestellt. Aber vielleicht regt das dann schon mal ein bisschen zum Nachdenken an, dass man sich halt überlegt, okay, also teilweise ist es halt wirklich so, nur wenn es schleichend in der Gesellschaft sich so ändert, dass zum Beispiel die, dass es einige Helikopter-Eltern gibt, dass man dann das einfach mal vor Augen geführt werden bekommen muss in seiner kompletten Krassheit. Also ich meine, klar passt es dann auf seine Kinder auf und so weiter. Aber ob es jetzt wirklich immer genau so sein muss, ohne Zucker, ohne Salz, ohne was auch immer, nur Dinkelplätzchen und nur Bio und so weiter. Also es hat ja alles seine Berechtigung. Aber ja, früher sind die Kinder auch groß geworden. Also das zeigt der Film, glaube ich, auch nochmal. Dann, glaube ich, ist genau der Moment gekommen, wo wir uns ganz am Ende jetzt mal über unser Fazit unterhalten können. Möchte ich bitten, dass du auch mal Punkte vergibst. Wir vergeben hier Punkte in der Skala 0 bis 5 Punkte. 0 wäre eine Katastrophe, 5 ein Meisterwerk. Was sagst du, wie viele Punkte würdest du vergeben? Also da ich mich sehr gut amüsiert habe im Kino und schon lange nicht mehr so viel gelacht habe, gebe ich es natürlich 5 Punkte. Und wem würdest du den Film empfehlen? Wahrscheinlich Männer, die ihren Frauen Gefallen tun wollen. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Naja, also wie im Kino waren halt, waren schon einige ältere Leute, aber ich denke, das kann auch auf jeden Fall Eltern gefallen. Das kann auch Leuten ohne Kinder gefallen. Also ich würde da jetzt nicht das einschränken. Ich denke mal, für Kinder an sich ist es wahrscheinlich eher nichts und für Jugendliche weiß ich nicht. Aber so alles, ja, also sonst eigentlich fast alles. Ja, da schließe ich mich an. Grundsätzlich denke ich auch, dass hier eine Eltern- und großartige Generation angesprochen werden soll. Das Publikum bei uns war jetzt eben in der Vorstellung etwas älter, wenn ich es einschätzen müsste. Der Film selbst ist, wie gesagt, eine Aneinanderreihung von Klischees. Und das ist immer auch das Problem an der Geschichte, dass Klischees dann auch in einem gewissen Rahmen natürlich Vorteile quasi unterstreichen. Und das kann man echt auch einfach doof finden. Ich wurde aber eben tatsächlich auch gut unterhalten und ich fand insbesondere jetzt hier auch Heiner Lauterbach einfach, das war einfach cool, den mal wieder in so einer tollen Rolle zu sehen. Ich habe den vor gar nicht allzu langer Zeit bei irgendeinem Reiterfilm, bei so einem Pferdefilm gesehen. Da mochte ich ihn jetzt nicht so, da hatte er aber auch echt ein beschissenes Drehbuch. Im Gegensatz zu diesem Film, Ekel für Anfänger, wo er hier nun wirklich auch einige Dialoge bekommen hat. Klischees mag ich nicht so, ich wurde aber gut unterhalten. Die Kinder waren super, es war alles prima besetzt. Ich habe mir natürlich tatsächlich so das eine oder andere mal quasi an den Kopf fassen können. Aber ich komme hier bei Dreieinhalb von Fünf Sternen raus. Ein Film, der mir gut gefallen hat, den ich unterhaltsam finde, aber den ich jetzt kein zweites Mal sehen muss, weil dafür fehlt mir dann einfach doch noch ein bisschen was. Ich würde den Film, wie gesagt, dieser Eltern- und Großaltergeneration empfehlen. Und ja, wenn ihr vielleicht einfach Eltern seid, die hunderte Kilometer von den potenziellen Großeltern der eigenen Kinder entfernt wohnen, also wenn ihr quasi Hilfe braucht bei der Erziehung eures Nachwuchses, dann könnt ihr den Film mal so ganz dezent irgendwie am Rande irgendwem zeigen, der sich vielleicht dann inspiriert fühlt, bei euch in der Familie mit einzusteigen. Mein Schatz, das war mir eine wahre Freude. Vielen Dank. Ja, danke auch. Tschüss.